Servus liebe DIVINITUS TV Zuseher, es seht's mein Standbüdel, es hört's mein Stimm und genau so geht's weiter mit den Shoutouts. Danke recht herzlich an die drei Jungs, die uns den Shoutout geschickt haben. Hat mich sehr gefreut und jetzt viel Spaß. Yeah, ich glaub ich hab keinen Plan mehr, wer es ist. Mein Name ist CampFuckingLBundie1, die Crew VZ und das hier geht raus an Fatza und die DIVINITUS Crew. Gratulation zur 100. Folge. Neues. Yo, das ist K.O. aus einem speziellen Anlass. DIVINITUS TV feiert die 100. Sendung und aus dem Grund packt's euch eure Sachen am 7. April und kommt's nach Neufeld im Burgenland. Zerlegen Fatza. Das sagt eigentlich alles. Peace. Hier ist King Orgasmus 1, Orgi 69 aka John Bordello und ich gratuliere Fatza zur 100. DIVINITUS Sendung, wobei er auch natürlich eine riesengroße Party schmeißt und die ist am 7. April in Neufeld. Da werde ich natürlich als John Bordello natürlich auch persönlich erscheinen. Ihr wisst Bescheid, also kommt alle vorbei, lasst uns feiern. DIVINITUS, die 100. Sendung. DIVINITUS